Der FVR-Film der Woche. Was genau gucken wir uns an? Free Guy. Ich bin Guy. Und ich lebe in Free City. Guy ist eine Hintergrundfigur in einem Videospiel. Sein Alltag ist also immer gleich und für die Spieler ist er eigentlich völlig unwichtig. Denkst du manchmal, es gibt mehr? Als ihm aber eines Tages bewusst wird, was er ist und dass er in einem Videospiel ist, entschließt er sich etwas Neues auszuprobieren und seine Geschichte selbst zu gestalten. Ich weiß, diese Welt ist nur ein Spiel. Aber dieser Ort und diese Leute sind alles, was ich habe. Er ist ein guter Mensch bzw. eine gute Videospielfigur und entwickelt sich zum Helden in seiner Videospielstadt. Guy, in zwei Tagen wird das Spiel abgeschaltet. Du, die ganze Stadt, alles wird verschwinden. Vielleicht können wir das verhindern. Diese schillernde Figur aus dem Videospiel Free City macht auf sich aufmerksam, indem er den guten Jungen spielt. In einem Wettlauf gegen die Zeit versucht er das Spiel zu retten, bevor der Antagonist, der Spielentwickler, das Spiel und damit ihn für immer ausschaltet. Dieser Loser versaut das Spiel, Mann! Er könnte auch der gottverdammte Arnold Schwarzenwälder sein. Terminiert ihn! Gespielt wird Guy von Ryan Reynolds, der vor allem als Marvel-Anti-Held Deadpool bekannt ist. Und einen ähnlichen Ton wird wohl auch der Film haben. Das heißt viel Action und ganz viel Comedy. Wir lieben dich, Blue Shot Guys! Danke! Vorsicht, da kommt… Der Film startet heute in den Kinos. Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber ich liebe es! Wooh! Wooh! Jahrhundert Wasgood Das Weg war Es gibt Vielen Dank.